Der ganz neue Bambu Lab A1 Mini mit der Kombination eines kleinen AMS mit vier Filamentrollen, die hier neben stehen, ist gerade jetzt in der Sekunde bestellbar über die Webseite von Bambu Lab. Ich verlinke sie euch auch unterhalb. Ihr solltet, wenn ihr Interesse an einem coolen Drucker habt, für 489 Euro in diesem kompletten Set jetzt zuschlagen, denn ich habe die Vermutung, dass die auch schnell ausverkauft sein werden. In den nächsten Tagen kommen auch noch ein paar weitere Review-Videos von mir zu diesem Drucker. Ich hatte Glück und habe ihn schon vorab bekommen können, denn ihr habt verschiedenste Möglichkeiten, wirklich die besten Druckergebnisse zu erzielen, die es so ziemlich gibt, die man machen kann, ohne eine sonderliche Einstellung vorzunehmen. Und ihr seht das, ich habe hier ein Benji-Boat in drei Farben sogar gedruckt, hier im unteren Bereich schwarz, weiß und oben auch noch grau. Und für out of the box, ohne etwas selber einzustellen, ohne ein Bett-Leveling zu betreiben oder ähnliches, wirklich absoluter Wahnsinn. Hier ist eine kleine Nase drin, das werdet ihr auch sehen, wenn das Video dazu online geht. Hier hatte ich die Geschwindigkeit nämlich umgestellt. Aber wenn man sich die Feinheit dieser Linien hier anguckt, wie die gedruckt sind, wirklich absoluter Wahnsinn. Oder so einen kleinen Käfig hier, habe ich ebenfalls noch gedruckt. Und da sieht man, was das für eine Druckqualität ist, absoluter Wahnsinn. Und auf der Unterseite kann man die schöne Struktur sehen, die liegt nämlich an der Pipeplate, also an dieser goldenen Platte, die im Standard-Lieferumfang direkt mit dabei ist. Also wirklich ein sehr geiler Drucker. Das war sie für 489 Euro erhaltet, seht ihr hier ganz genau. Ihr bekommt das komplette AMS, allerdings ohne Filamentrollen. Also wenn ihr Filament haben möchtet, solltet ihr euch da die ein oder andere Farbe noch dazu bestellen. Das hier ist weiß-matt, schwarz-matt und grau-matt hier oben. Ich verlinke euch die Filamente auch mal unterhalb des Videos. Schläuche, Kabel und so weiter, natürlich alles im Lieferumfang dabei. Genauso wie auch die Pipeplate, der kleine Drucker, so wie er hier steht, komplett. Weiterhin ein bisschen Filament ist dabei. Das ist das PLA Basic in der Farbe Weiß mit 20 Gramm, also keine Spule. Aber 20 Gramm habt ihr dabei, falls ihr ein bisschen was drucken möchtet. Dann natürlich ein komplettes Werkzeugset, um den Drucker aufzubauen, zusammenzusetzen und auch zu pflegen. Und auch noch hier so ein kleines Engine-Model, also ein Motor-Model, dass ihr dann auch noch drucken könnt mit dem Motor. Ein bisschen was zum Spielen. Ich bin wie gesagt restlos begeistert. Wirklich ein super Drucker für einen absoluten Top-Preis. Mit einem AMS-System, wirklich eine geniale Kombination. Hab ja auch schon seit einigen Monaten, fast ein Jahr müsste es bald sein, den großen Bruder, den BambuLab X1. Wer jetzt hier mit dem kleinen Drucker anfangen möchte oder auch als Erweiterung wegen des AMS oder sonst was haben möchte, ist mit dem A1 Mini wirklich sehr gut unterwegs für einen absolut fairen Preis. Wie gesagt, ich verlinke es euch unterhalb und in den nächsten Tagen kommen, wie gesagt, noch einige Reviews. Dann wird euch die Wartezeit ein bisschen versüßt. Bis zum nächsten und ciao. Abo nicht vergessen.